The Power of the Dark Side Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht Er lügt, das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten Woher weißt du das? Ich kenne ihn Versuch's mit dem Funkgerät, die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen Sie war noch nie besonders schlau Batman hat einen Weg rausgefunden, er hat den Ventilator von der Wand gerissen Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören Steve, noch mehr Blackout-Gefangene, beim Heizkessel Wer ist das hinter dir? Es ist Joker, er ist drei, wie konnte er ausbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt So geht's nicht Ich versuch's weiter Sie ist verschwunden, es geht klar rein noch raus Verdammt, sie sind da drin eingeschlossen Warnung, entgibt uns raus Bereich versiegelt Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift Hör zu, der Raum ist voller Giftgas Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Ich kann Leute sehen Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch Joker hat das geplant Hier drüben, bitte! Ihnen wird nichts passieren, bleiben Sie hier Batman ist hier, halt noch ein bisschen länger durch Steve Ich kann nicht, ich kann nicht Ich falle! Ich verfolge das Tier, das das getan hat Batman, das Absaugsystem! Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat Dieser Okay, das war knapp Da ist der Kontrollschalter an der Absaugvorrichtung Ein gut geschießter Batterie hat einen Anfall Achtung, Luftreinheit ist wieder auf Normal-Level Ha ha ha, ha 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 ha! Ha 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 ha! Achtung! Der Zielgeist und Herrschterpultor ist jetzt gesinander Das Menschen arbeiten in der Flüge Man, ging aber mit dem donation Du bist super! Joker hat keine Chance! Gut, aber da müssen wir auch nicht nennen schon. Ist jemand da draußen? Können Sie mich hören? Gut, hier ist nix mehr, weil ich hab ja auch der Südler-Holo-Ding gefunden. Ich dachte, ich werde jetzt hier noch mal was gesteckt haben. Worauf darfst du? Ich bin schon dran, dass du dich magst vom Strecken sagst! Ich bin schon mal, ich bin schon nicht da. Das war's für heute. Wieso hast du so Lande gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist er groß. Ja! Ja, ja, ja. Ich bin der Morte. Ja. Hey! War ich. Ich bin der Morte. Das war ein wenig unerwartet, ja. Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich, oder traust du dich nicht? Beende es! Zieh den Stecker! Schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausrechnen, Puppets. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkem angeflogen. Du wirst sehen, ne? Kurz vom BMO-Beiseite nach oben gekippt. Badman! Ich bin hier drüben! Schnell! Rein hier! Bevor noch mehr von ihnen kommen! Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem. Ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Okay. Hier stimmt fast. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt keinen Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus. Ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tada! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Wenn wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist die Tür zu öffnen. Nachdem du kamst, tut mir leid. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Ja, ist klar. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich bitte. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Das mit mir und Franky geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer... ...schwierigen Lage befreit. Also, wenn ich sicher als Großfrau bin, oder einfach einen Anbieter schreit will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tator. Wie lautet das? Nein, wir kriegen einen Wächter aus dem Tator. Jesus, ich komme jetzt ein bisschen viel Info auf Emmeron. Finde ich. Wo ist das so eine Art Gilb cur δεν? Hm. Der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Boats gehört? Genau. Übersehen, irgendwas. Der Plan, etwas in diesem Raum zu erinnern. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss nur eine Verbindung zu dem Wächter finden, der Gordon verprügelt hat. Der Hilf-Hilf-Modus. Aber was... Da ist nichts. Boats hat seine Flasche fallen lassen. Schlammig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ich kann Alkohol-Spuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll, folge ihr. Ich sammle alle Informationen zur ARCAM, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Ich glaube, das Ding nicht gesehen hat. Haben ihr das vorher gesehen? Das Sicherheitslevel ist jetzt auf Alpha Orange. Der Transport zu den oberen Etagen ist jetzt Personal mit entsprechender Sicherheitsgenehmigung gestartet. Das Sicherheitslevel ist jetzt auf Alpha Orange. Alpha. Fang. 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 Ich bin zuverlässig. Wie ist Joker- Sei still. Was ist los? Ha! Oh, 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 Batman. Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Was ist passiert? Wie fandest du das, Batman? Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen. Du bist nach unten gepackt, wenn ich dich doch mit der J-Fight-Hart. Ha! Ha! Halt! Direkte Art suchtbeschädigte. Was ein Mist. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich Ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Ha! Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab hier was, was du dir antworten solltest. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Wie wollen sie an all die Wachtel kommen? Oh mein Gott! Hören wir mal zu. Hey, Frank! Wo warst du? Es kommen noch mehr von Joggers Männern her. Sie sind auf dem Weg im Anschluss-Eingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Ja, da kommt schon wieder den Aufmerkant. Wie viele sind es, Bones? Warte mal, woher zum Teufel? Weißt du was? Bones! Frank, was machst du da? Nein! Leg das hin! Frank, was du teufel willst! Quinn, es ist sicher! Bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber! Du bist mir einer, Franky! Ein Mädchen könnte sich in einen Wiesig verlieben! Muck! Lade mich mit der Gebiete und Hilfsgab, mein Liebling! Es kommen noch viele Minuten auf die Wache. So weit, lass mich entkommen! Keine Angst, Süße! Du weißt, ich hab nur Augen zu sehen! Hast du das Gehör, Bones? Sieht aus, als ob das mit Franky Kutu war. Ein weiteres, wertvolles Mitglied für die Organisation. Warnung! Multiple Sicherheitslücken auf Ebene A6. Ist das nicht das Spider-Man-Symbol? Ich bin der Geist von Amadeus Alchem. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Sehne Arkams geschnitzt. Und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Du, meine Sturmtruppler. Das ist Batman Arkham Asylum Games of the Years Edition. Zeig mir, dass du Support dahinterstehst. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ich zie es zum ersten Mal. Ich zie es zum Drücken an! Ich zie es zum但 GEORGE Vor Miros und dann Après uns? Es момент milieu. Ich hör uns die together die Guden und die Löse. Erste tyres sinnvoll, 너무 gutes Sturmtruppler. Und das ist euch los! Was lief, was lief 4 Uhr heig! Warte ein Ruș. Nein, nein.